In den Eimer da rein da rein, nicht falsch die Klammer in den Eimer ja, fantastisch, und dann gibst du mir den Eimer ja, das ist doch toll ich weiß, geh mal zurück zurück lass den Klammern in den Eimer ja, fantastisch lass stehen die Klammer in den Eimer und jetzt die andere Klammer auch noch Klammer in den Eimer in den Eimer in den Eimer nicht kaputt machen heb mal auf die Klammer in den Eimer in den Eimer in den Eimer ja jetzt steh mal auf geh mal zurück in die Klammer in den Eimer in den Eimer ja 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 ja